Hey Leute, bevor es losgeht, kurz die Info. Mein Kater ist, bevor ich dieses Video aufgenommen habe, auf mein Stream Deck getreten und hat den Echo Sound angemacht, den Echo Effekt und ich habe es nicht mitbekommen. Deswegen ist die ganze Tonspur, die ihr jetzt gleich hört, in Echo, mit Echo Effekt aufgenommen. Stellt euch einfach vor, ich sitze in einer großen leeren Vault, während ich das einspreche. Ich habe darüber nachgedacht, das Ganze nochmal einzusprechen, aber da das sehr spontan und frei von der Leber gesprochen war, mein erster Eindruck von der Serie, mein erstes Review, Kurzreview, will ich das nicht neu aufnehmen, weil das kriege ich nicht mehr so ehrlich hin und so spontan. Das finde ich ganz gut in dem Moment. Deswegen, hier mein Review zur Vault-Serie aufgenommen aus der leerstehenden Vault 32. Viel Spaß. Hallo meine lieben Bird Rider, hier ist wieder euer Lance Grid. Ich habe mir gestern die Fallout-Serie angeguckt, vollständig. Ich habe die nochmal komplett durchgebinged und mir gehen gerade tausend Sachen gleichzeitig durch den Kopf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Videos zu dem Thema zu machen, denn meine Güte, bietet diese Serie viel an Inhalten. Die Fallout-Lore wurde in so einem gewaltigen Maß erweitert und ergänzt, dass ich im Grunde jedes zweite meiner Fallout-Videos auf diesem Kanal, die über die letzten acht Jahre oder was weiß ich angesammelt wurden, nochmal machen kann oder ergänzen oder erweitern kann. Es ist komplett crazy. Deswegen bin ich gerade tatsächlich ein bisschen überfordert und weiß gar nicht, wo ich eigentlich anfangen soll. Ich lese allerdings auf dem Discord oder auch in YouTube-Kommentaren immer wieder, dass Leute auf meine Meinung darüber warten, auf mein Fazit darüber warten. Und ich kann euch schon mal sagen, dass es heute noch ziemlich sicher auf CCG, auf Coffee Caking Games, ein ausführliches Review zur Serie geben wird. Also wenn ihr den Kanal, den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt entweder direkt hier auf YouTube oder über die Podcast-App eures Vertrauens oder Spotify oder wo auch immer, Coffee Caking Games. Da haben wir gerade Fallout-Wochen mit viel Fallout-Content und eben jetzt in Kürze dann eine ausführliche Review. Aber jetzt erstmal kurz, ja, meine zusammengefasste Meinung für alle. Die Gedanken, die mir so durch den Kopf gehen, wie gesagt, alles unsortiert, weil ich selber noch irgendwie gerade, wow, komplett durch den Wind bin so ein bisschen. Aber auf jeden Fall erstmal vorweg, natürlich, aber das ist glaube ich mittlerweile kein Geheimnis mehr, die Fallout-Serie ist wirklich sehr, sehr gut. Sowohl für Fallout-Fans als auch Nicht-Fallout-Fans kann man sich die wirklich geben. Die hat interessante Charaktere, die sind super besetzt, diese Charaktere. Sie passt super in die Fallout-Welt und in die Fallout-Lore. Optisch haben sie sich aus verständlichen Gründen dafür entschieden, sehr stark den Fallout-4-Stil zu kopieren. Aber dafür halt wirklich so detailgetreu, dass man jede Szene pausieren kann, weil im Hintergrund eigentlich immer irgendwelche Referenzen, irgendwelche Easter Eggs sind. Die Items aus Fallout 4 vor allem wurden ja wirklich eins zu eins nachgebaut. Also wirklich perfekt nachgebaut. Wie man sie in der Serie sieht, also wirklich die Requisiten sind einfach perfekt. Ich finde es sehr schön, dass sich die Serie dazu entschieden hat, relativ wenig mit CGI zu arbeiten. Weil die Szenen, die mit CGI gemacht werden, sehen meistens irgendwie echt nicht besonders gut aus. Aber die haben unglaublich viel Requisiten gebaut, von Power-Rüstungen bis hin zu kleinen Details. Die Werkbank aus Fallout 4 steht in dem einen Laden, perfekt nachgebaut. Also die Requisiten, die Kulissen, das ist wirklich großartig. Also die Serie ist wirklich toll, sie macht wirklich Spaß. Es gibt viele interessante Geschichten, die da erzählt werden. Auf jeden Fall sehr cool. Und jetzt, ich glaube an der Stelle sollte ich mal eine Spoiler-Warnung aussprechen, weil ab jetzt betreten wir Spoiler-Territorium ganz stark. Also wenn ihr den noch sehen wollt, guckt sie lieber selber. Unter einer Lore-Perspektive betrachtet, wie schon gesagt, ist die Serie auch sehr interessant, weil sie sehr viele offene Fragen beantwortet. Sehr viele offene Fragen. Vault 33 bis 31, also 33, 32, 31, beantwortet zum Beispiel eine sehr große Frage, die da draußen war. Und zwar gibt es Vault-Tec eigentlich noch. Bisher war die Antwort nein. Bisher war eigentlich ziemlich klar, nee, okay, abgesehen von einzelnen verrückt gewordenen KIs oder Stanislaus Braun oder was weiß ich was. So einzelnen Akteuren, die irgendwie unsterblich sind oder was weiß ich was. Ist von Vault-Tec eigentlich nichts mehr übrig. Die wurden beim Fall der Bomben ausgelöscht und deswegen kam nie ein Entwarnungssignal und deswegen sind alle Vault-Experimente komplett sinnlos. Das war immer so ein bisschen der Ausgangspunkt. Das war nie offiziell bestätigt, aber es wirkte so und war deswegen relativ klar ersichtlich. Und jetzt haben wir plötzlich die Antwort, nee, nee, das ist überhaupt nicht so. Also in Wirklichkeit gibt es diese Vault zum Beispiel, wo die ganzen CEOs und das ganze Management von Vault-Tec auf Eis gelegt war. Und da in dieser Vault wurden quasi die perfekten Führungskräfte der Zukunft gebrütet, hergestellt, damit die Zukunft in der Vault-Tec keine Konkurrenz mehr hat, nur von deren Management regiert werden kann. Und dann haben wir erfahren, dass es wohl irgendwo noch diese große Kontroll-Vault geben muss. Wir wissen ja bisher eigentlich, dass es in Fallout Tactics, das Spiel, das so semi-canon ist und nicht so hundertprozentig immer alles stimmt quasi, weil es auch Fallout 1 und 2 schon widersprochen hat, dass es in dem Spiel eine Vault Zero gab, die Vault Null. Und die war quasi so der Kern dieses ganzen Vault-Programms, nur dass der Kalkulator da drin durchgedreht ist. Aber ob das wirklich Kanon ist oder nicht, das wissen wir nicht. Ob da noch was von der Serie aufgegriffen wird auf der Suche nach der Familie von unserem Cowboy-Ghul-Charakter, das wissen wir auch nicht. Aber eventuell existiert irgendwo noch diese Vault für die höchsten Köpfe hinter Vault-Tec. Das würde zumindest von der Geschichte der Serie her Sinn machen und wird so impliziert. Also Vault-Tec ist noch nicht weg. Das ist auf jeden Fall cool und neu. Und das ist schon mal ziemlich crazy. Crazy ist natürlich auch, was mit Shady Sands passiert ist. Das ist natürlich ein ganz schön... Also ich muss sagen, die Folge hat mich fix und fertig gemacht. Ohne Scheiß. Bei der Szene habe ich die Serie pausiert und musste erstmal eine Pause machen. Und da war ich sehr geknickt und habe mir echt gedacht, so holy shit, haben die jetzt gerade die Serie komplett ruiniert. Und dann ging es so ein bisschen weiter und dann wird es schon wieder besser auch. Aber, oh, das ist übel, dass quasi Shady Sands in der Serie offscreen komplett zerstört wurde. Die ehemalige Hauptstadt der NCR. Einer der wichtigsten Schauplätze aus Fallout 1 und 2. Das hat mich wirklich getroffen. Holy shit. Das war richtig übel. Das habe ich der Serie immer noch nicht verziehen, muss ich sagen. Oh, das ist krass. Naja. Und dann gibt es diese seltsame Tafel. Sie ist dann mal in so einem Klassenzimmer, wo über die Geschichte von Shady Sands gelehrt wird. Und man kann diese Tafel so interpretieren, so lesen, dass Shady Sands 2077 zerstört wurde. Und das wird natürlich überhaupt nicht mit dem Kanon von Fallout New Vegas übereinstimmen. Weil das spielt 1981. Also wenn vier Jahre vor Fallout New Vegas die Hauptstadt oder ehemalige Hauptstadt von der NCR zerbombt worden wäre und die NCR sich deswegen quasi aufgelöst hat, mehr oder weniger, oder zerbrochen ist, dann macht Fallout New Vegas halt irgendwie keinen Sinn mehr. Und insofern ist das ziemlich unwahrscheinlich. Man kann allerdings diese Tafel auch so interpretieren, dass 2077 der Fall von Shady Sands stattgefunden hat, was nicht unbedingt die Sprengung sein muss. Vielleicht war das der Moment, als Shady Sands quasi nicht mehr die Hauptstadt der NCR war und die Zerstörung kam dann erst irgendwann danach. Es ist alles ein bisschen kompliziert. Aber ja, das war definitiv eine krasse Szene. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass wir in der ersten Staffel keinen Supermutanten und keine Todeskralle gesehen haben. Da hätte ich drauf gewartet. Jetzt mal ganz ehrlich, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Alle. Jeder Mensch, der Fallout kennt, dachte in der zweiten Folge in der Szene mit der Höhle und den Knochen, dass da eine Todeskralle drin lebt. Wirklich, alle dachten das. Und dann kommt ein Yao Guai. Ist er auch okay. Ist er auch ein natürlich episches Fallout 4 Monster und Fallout 3. Aber ich hätte auch mit einer Todeskralle gerechnet. Genauso bei den Videoaufnahmen in dem Labor. Man sieht sogar die ganze Zeit in Vault 4. Man sieht sogar die ganze Zeit, dass hier die Galper gemacht wurden, die dann auch in der Serie auftauchen. Und deswegen war es vorhersehbar, dass bei der einen Videoaufnahme, wo die Tür eingerammt wird und Leute von irgendwas gefressen werden, dass es sich um den Galper handelt. Es war eigentlich vorhersehbar. Trotzdem dachte ich mir, jetzt, jetzt auf der Videoaufnahme sieht man eine Todeskralle. Jetzt kommen sie. Aber es kam keine Todeskralle. Es gibt ja ein paar Andeutungen zumindest auf sowohl Todeskrallen als auch Supermutanten. Wir sehen Todeskrallenschädel im Sand liegen. Und in der zweiten Folge, in der Szene, in der Dogmeet eingeführt wird, haben wir quasi so einen Supermutanten, der auf so einer Bahre vorbeigefahren wird. Man sieht nur die Hand rausragen. Und in dem Büro von dem selbsternannten Government, dem Sheriff-Kerl, da hängen auch so Wanted-Plakate. Und da ist unter anderem eben auch ein Supermutant zu sehen, der gesucht wird. Aber ja, nee, haben wir bis jetzt noch keine bekommen. Und dann endet natürlich die Staffel damit, dass jetzt wahrscheinlich in der zweiten Staffel wir quasi von der Westküste, von der Location von Fallout 1 und 2 weiter nach New Vegas reisen. Und es wird insgesamt stark impliziert, dass entweder das House- oder das Yes-Man-Ende Kanon sind. Und das ist alles so crazy. Das ist alles so crazy. Also mir gehen wirklich tausend Gedanken durch den Kopf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich muss das erst mal sortieren und alles aufschreiben und dann mal schön langsam anfangen, Videos dazu zu machen. Weil ich habe gerade das Gefühl, absolut alle offenen Fragen sind jetzt beantwortet durch die Serie. Alles ist jetzt beantwortet, was die Fallout-Community seit 40 Jahren bewegt. Es ist unglaublich. Aber wo ist eigentlich Boneyard? Und wo ist eigentlich Shady Sands? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich glaube, Lore-technisch bin ich sehr begeistert von der Serie. Da waren definitiv Leute am Werk, die wissen, was sie da machen. Wirklich cool. Da waren definitiv Leute am Werk, denen auch nicht das komplett egal ist alles. Eben von den Requisiten bis zur Story und zur Lore. Das ist sehr cool. Aber die Vault 33, aus der Lucy kommt, müsste eigentlich von der Location her mitten im Boneyard liegen. Die hätte eigentlich so ziemlich, ich muss mir da nochmal die Maps genau angucken, aber ich glaube, die hätte so ziemlich mitten in der Stadt rauskommen müssen. Da hätte eigentlich Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschen müssen um sie rum oder zumindest ganz in der Nähe. Und dann wird auch in den Rückblenden und im Krater gezeigt, dass Shady Sands mitten in den Ruinen von L.A. war, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber Shady Sands ist nicht mitten in den Ruinen von irgendwas. Shady Sands ist irgendwo weiter draußen, mitten im Nirgendwo. Und aus diesem Mitten im Nirgendwo ist dann eine neue Stadt entstanden. Aber das war eben eine Nachkriegsstadt, die aus Sandzement gebaut wurde und so weiter. Das waren nicht diese Wolkenkratzer, die man sieht. Haben die irgendwie Shady Sands dahin verschoben, wo eigentlich Boneyard sein sollte? Und haben wir am Schluss, als der kalte Fusionsreaktor online geht, haben wir da gesehen, wie Boneyard wieder mit Strom versorgt wird? Und waren das die alten Vorkriegsleitungen? Oder hat die NCA neue Leitungen gebaut und die werden jetzt mit Strom versorgt? Weil ich meine, einerseits ist es ziemlich unplausibel, dass in dieser komplett zerstörten Stadt 200 Jahre nach dem Fall der Bomben immer noch die Elektrik-Sukup funktioniert und alle Lichter an waren und angehen auch gleich. Aber gleichzeitig kennen wir das aus den Fallout-Spielen, ehrlich gesagt. Also die Elektrik in der Fallout-Vorkriegswelt über, die kann man nichts sagen. Die war ziemlich gut, die war ziemlich stabil. Auch die Glühbirnen gehen alle noch, also auch in den Fallout-Spielen. Insofern, wer weiß. Aber ich habe das so ein bisschen so interpretiert, dass jetzt quasi die Zivilisation, die die NCA in dem Gebiet hergestellt hat, im Boneyard hergestellt hat, wieder in Betrieb geht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Da bietet die Serie zu wenig Antworten und ist zu missverständlich. Und ich verstehe nicht ganz, ob hier geredconnt wurde oder ob die Darstellung einfach nur ein bisschen komisch ist oder ob ich irgendwie gerade was örtlich falsch verorte. Aber das wäre so mein einziger Kritikpunkt, den ich lore-technisch gerade habe an der Serie, dass dieses ganze Boneyard Shady Sands Location Ding irgendwie ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Ja, und als großer Fan der Original-Fallout-Teile ist das ein Punkt, der mich beschäftigt sehr stark und warum ich die sechste Serie sehr getroffen habe, weil im Grunde die ganze Fraktion, die NCA, komplett aus der Welt entfernt wurde. Offscreen. What the fuck? Aber okay, ich bleibe ganz ruhig. Weil ansonsten war die Serie wirklich sehr großartig. Deswegen rede ich sehr viel über ein kleines Detail jetzt eigentlich. Ja, ihr seht schon, ich bin wirklich durch den Wind und aufgewühlt. Tausend Gedanken gehen mir durch den Kopf. Und ich muss das jetzt erstmal sortieren und dann geht's los mit ordentlichen Aufarbeitungen zu der Serie. Mit ordentlichen Lore-Videos und Analysen und so weiter. Wie gesagt, Review kommt wahrscheinlich heute noch. Und da werden wir nochmal sehr viel detaillierter über einige Aspekte reden. Also schaut bei Coffee, Cake & Games vorbei. Wenn ihr es noch nicht getan habt, falls ihr jetzt zufällig auf dieses Video gekommen seid, ohne dass ihr Landskrid-Birdrider kennt und denkt euch, what the fuck? Warum redet der über so komische Details? Dann abonniert den Kanal und dann versteht ihr vielleicht, wie deep ich in dem ganzen Blödsinn drinstecke. Und warum mich so vieles davon so beschäftigt, was den meisten wahrscheinlich nicht mehr auffällt. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mögen die Tentaklative mit euch sein. Macht euch auf sehr viel Fallout-Serien-Content gespannt. Äh, bereit. Seid bereit und gespannt und macht euch gespannt. Was? Tschüss. Bis zum nächsten Mal.